ein herzliches willkommen zurück zu lego harry potter die jahre 1 bis 4 so wir machen mal weiter und gucken was wir hier noch beigebracht bekommen halt drückt um nach oben zu fliegen und das macht mir spaß nur harry kann gut auf einem besen fliegen ja geht mal weg und leuchte flecke aus dem boden ausgraben will gern wie gehe ich jetzt aber ich muss einfach mich so weiter geht es nicht ok alles klar man muss ja erst mal ein bisschen ausprobieren es macht ja mal ich sehe das nicht wie kann ich denn das gut erkennen dass ich richtig fliege ok jetzt gucken wir mal was muss ich denn jetzt hier machen da jetzt mal noch das geld einsammeln ok da kann ich nicht hey wo ist er denn ich sehe mich ja da unten ok das war geil jetzt Okay. Besen fliegen kann ich jetzt auch. Geil. Lass uns mal gucken, was ich mit dem Besen machen kann. Äh, ne. Ah, da. Komme ich da hin? Wie setze ich mich denn auf den Besen? Ah. Ja. Was mache ich mit diesem Ding, mit diesem Kurschen? Aber so einfach ist das nämlich nicht. Man sieht ein bisschen schlecht. Wo diese Sachen? Ah, ich sehe die. Ah, doch jetzt. Ah, siehst du wieder. Ah, wo ist es? Okay, jetzt habe ich ihn. So, habe ich alles? Okay. Reicht. Gehen wieder zurück. Schön war's. Hier ist jetzt nichts mehr. Okay, dann gucken wir uns mal an. Oh, die nerven mich. Was macht ihr mit dem? Okay, also. Mein lieber Geist, was machen wir jetzt? Wohin des Weges? Oh. Will ich hier was machen? Nee. Hä? Ah. Ah, aber jetzt. Hier war ich nämlich noch nicht. Oh, und hier gibt es einen Zaubertrank wieder zum Herstellen. Aber wir müssen hier erst mal überrücken. Baby. Was ist das hier? Das kann ich schon mal. Ah. Nee, das wollte ich nicht. Kann ich schon mal aufsammeln. Da reinwerfen. So, was haben wir hier noch? Machen wir mal, was ich hier basteln kann. Oh. Ah, okay. Und ich brauche den Drang. Wieso geht das nicht? Ich sehe doch, dass da sich was versteckt hält. Ich sehe es. Hä? Ah, so. Was ist das? Okay. Zack. Und jetzt brauche ich noch ein Händchen. Wie geht das? Aha. Ah. So. Und jetzt kriege ich meinen Stärke-Trank. Kann ich trinken? Und kann an der Kette ziehen. Kette ziehen. Okay. Das war's. Kann ich da abschießen? Nee. Dann gucken wir mal, was da unten ist. Du bist mir ein Fuchs. Oh. Ich verheirat habe kein Problem, hier rüber zu fliegen. Okay, solange kann ich keinen goldenen Kessel. Okay, meinetwegen. Was ist das denn? Geh weg. Weiche. Was hat das gebracht? Hups. Ich will da eigentlich... Hm. Und hier? Ähm, was mache ich damit? Gott, was ist hier los? Das ist der Wahnsinn. Ich will jetzt mal gucken, was ich hier alles machen kann. Halt, weg. Oh, kommt es denn in der Wacky, du, dass sowas passt, ne? Ah. Halt, nein. Halt, nein. Ich will das nicht. Eins von vier. Oh, ist das ein Kuddelmuddel hier. So viel Zeug zum Wegmachen. Was mache ich denn damit? So, jetzt habe ich das sauber gemacht. Wenn ich hier ... Okay, also wir haben hier schön sauber gemacht, wir gehen aber mal hier nach unten. Oh, das ist Hagrid´s Haus, oder? Schildern geht´s Haus. so ich habe keine ahnung was ich jetzt aus für sie gedrückt habe ach das ist eine wolke da war eine schlange dabei das ist es ist es ist es ist es ist ist nicht da so jetzt haben wir hier einiges glaube ich gemacht meine karotte gezogen hier ist noch was guck mal eine karotte die karotte können wir wohl nicht ziehen so wie es aussieht eine karotte müssen wir hier noch finden percy weasley freigeschaltet bin ich aber begeistert so und wenn man noch mal eine wolke was bringt mir das nicht verstanden was das denn sehr witzig maulwurf oder was ist das ja schätze mal es ja es gibt ach so das ist cool gibt es hier ist ein besen wieder um das sauber zu machen so ja das schön sauber gemacht geht es hat wirklich spaß gemacht wieder es ist ein bisschen chaotisch am anfang bis man weiß was zu tun ist aber mach ich mit der eule guck mal noch mal was ja du musst da nicht so abhängen ja was bringt bringt noch nicht so viel cool das ist witzig ach du scheiße jetzt geht sie auch noch weiter bestimmte karte können leuchtende flecken auf dem boden ausgaben ja meine aber glaube ich nicht oder kann irgendjemand erst Ah, cool. Ah, cool. So, jetzt haben wir es doch. Wir müssen hier schon alles schön machen. Jetzt mal die Flagge, was hast du denn? Alle Flaggen machen. Ja, gratuliert mir. Hey, T-Bell. Oh, und wer bist du? Du bist Padma Padilla. Gut. Was ist das? Ist das wieder nur für Kretze oder was? Glaube ich schon. Komm, wir probieren es mal. Nee, das solltest du nicht machen. Nee, das geht glaube ich nicht. Ich gehe natürlich erst mal nach hinten. Was wir hier haben. Dann was wir da aufheben können. Ach, das sind die coolen. Oh, die mag ich. Was ist denn das hier? Naja, gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem machen soll. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem machen soll. Nett. Ah, was sehen meine Augen? Deswegen fast fährt ihr mir entkommen. Ja, ich habe das schon ganz schön gut gemacht. Ach, habe ich jetzt dieses Steinchen auch? Nee. Ja, ich habe das schon ganz schön gut gemacht. So Hüpfge-Kack-Zeug. Oh, ich liebe es. Bin ich nämlich echt ganz schlecht bei sowas. Oh, was ist denn das Problem? Nochmal. Also, hol den Topf. Na, also, geht doch. Was war denn da noch? Hier, noch mehr Saft. Oder was du auch immer machst. Senf? Oder was warst du denn? Oh, hier geht's aber ab. Das ist Schreck. Nicht getan. Ravenclaw, Junge. Finde ich auch okay. Ähm. Was mache ich mit diesem blöden Viehchen? Komisch. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir bei der nächsten Folge weiter. Also, ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Tschüss. 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 Tschüss.